Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Jo, wir haben es geschafft, der Haifisch ist kaputt. Ja, ja, das heißt wir können blündern wieder bis die Schwarte kracht. Ich habe hier aber irgendwo gerade ein Erz gesehen oder ein Kupfer, irgend sowas. Vielleicht hat es mich auch nur getäuscht. Na, da ist was. Es war nur ein Küpferchen. So, auf jeden Fall. Na doch, Metall. Hoppala, es hat gerade so komisch ausgeschaut. Wegen dem Morgenschein die Sonne. So, gut. Das heißt, wir blündern jetzt ganz schnell. Was geht? Zack, zack. Hoffentlich habe ich noch Platz. Ja, Platz habe ich noch, Gott sei Dank. So, Luft holen, blündern, geben wir Vollgas. Schrott, Metall, Kupfer, alles was geht. Steine. Nehmen wir alles mit, sodass wir dann auf unserer nächsten Fahrt gemütlich unser Floß schon ausbauen können. Können weiter. Jo. Dass ich irgendwann meinen Traum erfüllen kann. Und mit viel Glück mal erschaffe, unten alles zu stabilisieren. Mit Metallverstärkungen. So, Luft holen. Ja, gut. Kurz warten. Und weiter geht's. So, look, look. Jetzt werde ich mich nur noch auf Schrott konzentrieren. Und Erze. Komm, geht's schon. Geil, kommt der Hai wieder. Aha, was haben wir denn da? Huch. Okay, Federn weg. Äh, den Sand. Habe ich jetzt auch mal weg. Scharniere. Gemüsesuppe. Ähm, den Haifischkopf habe ich weg. Dann werden hier Blanken. Federn. Ja, die haben wir eigentlich gerade weggeschmissen. Die Gemüsesuppe brauche ich auch nicht mehr, da eher besser Feder zu nehmen. Gut. Passt. Schau. Hier gibt's Sachen. Okay. Mhm. Gut. So, ich vermute, dass unser Freund jetzt auch schon wieder da sein wird. Unser Störenfried. Ja. Da vorne ist er schon. Vielleicht kann ich ihn schon einmal piksen. Jawohl. Vielleicht auch ein zweites Mal. Sehr gut. Zack. Bringen wir unsere Beute zurück. So, essen wir auch mal nicht schlecht. Da gehen wir unsere Hähnchen keulen, unser gebratenes Hühnchen abholen. Ähm, ja. Ich würde sagen, da mache ich kurz vorher Platz. So. Dann. Drei behalte ich gleich. Jo, scharniere. Warte, machen wir so. So. Jo, da können wir dann schon ordentlich Nägel basteln. Das haut dann schon hin. So. Eins, zwei, drei. Zack, zack, zack. Wieder Fisch und Planken hinterher geschmissen. Eine Schüssel für mich. Zack. Und Mahlzeit. Einen Schluck gleich hinterher. So. Ach so, ich trottel. Ich könnte gleich den nächsten Eintopf kochen, ne? Ich bin schlau. Nein, bin ich nicht. So. Einmal und zweimal. Und auch hier. Einmal und zweimal. So. Zack, zack, zack. Eine Kartoffel, noch eine Kartoffel. Und die Rübelchen. So. Und Mahlzeit. Sehr gut. Jetzt passt er. Andere Seite. Und Heureka. Ja, warte. Verdammt. Jetzt wäre es elegant gewesen. Nichts da. Gut. Äh, ja. Wasser natürlich. Können wir gleich frisches Salzwasser reinigen. So. Gut. Hähnchen. Die werden wir gleich wegessen, glaube ich. Mahlzeit. Sehr gut. Und noch einen Schluck dazu. Das doof ist halt wirklich, dass der Hai, dieser blöde Depp, dass der nicht länger hier weg bleibt. Habe ich den Netzwerfer schon gebastelt? Ich glaube, ne? Habe ich mir auch schon eine Schere gebastelt? Fernglas. Brauche ich nicht wirklich, oder? Wobei, bauen müsste ich sowieso alles mal. Egal. Egal. Äh, so. Ich werde das später machen. Ich muss nochmal schauen. Sauerstoffgeschichtel. Da fehlt mir halt noch ein Klipper, ein Haufen. Genau. Da habe ich nur einen einzigen Klipper, glaube ich. Das ist natürlich zu wenig. Da ist er ja schon. Hallo, Schnucki. Halt. Boah. Au. Das war zu früh. Das war zu früh. Das war zu spät. Einmal zu spät. Einmal zu früh. Passt genau, oder? Boah. Au. Das war auch nicht schön. Ah, jetzt wird es wohl werden. Ich sehe dich, du Mistfisch. Hä? Habe ich ihn erwischt? Bin mir gerade nicht sicher. Zweimal getroffen. Einmal Luft holen. Ist genug Luft geholt. Komm nur, du Kerl. Zack. Nö. Hat das ihn gehauen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kommt er eh schon wieder. Auf jeden Fall haben wir nochmal getroffen. So, da ist er wieder. Also verletzen tun wir uns irgendwie nicht. Also müsste es fast passen. Glaube ich. Wah. Ja, was war denn das jetzt für eine Aktion? Das Wasser ist echt scheißlich. Wenn du zu weit auftauchst, ziehst du halt gar nichts mehr, ne? Das ist echt nervig. Zum Futtern habe ich auch nichts mehr mit. Dann gehen wir wieder Erzschmelzen. Ich käme schon. Ich käme schon. Verdammt. Das war zu langsam. Ich habe gar nichts mit. Äh, ja. Pech, ne? Wo ist denn der Saukerl jetzt? Äh. Das ist halt echt nervig, dass der nicht länger tot bleibt, ne? Aber die Haifischköder zu basteln ist halt auch aufwendig, so viel. Da vorne ist er. Aufwendig, aufwendig, aufwendig. Hallo. Komm her. Kurz nochmal Luft holen. Das muss reichen. Ja, komm her. Bam. Natürlich habe ich wenigstens einmal noch getroffen. Äh. So. Das ist scheißlich. Das ist scheißlich. Das ist scheißlich. Oh je, oh je. So, habe ich nicht. Wie per dein Zeug? So. Jetzt setzen wir die Rüben neu an. Kartoffeln habe ich keine, ne? Die haben sie... Oh doch hier. Gott, ich hatte schon gedacht, die hätten sie mich schon weggefressen, die Viecher. Aber wie es ausschaut, ist hier die Batterie schon wieder leer. Yo, yo. So, wohin mit dem Sperrmüll? Kann ich das decken eigentlich? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da. Ja. Halt. Das ist offen. Ich weiß nicht, wohin ich die entsorgen soll, derweil. Wäre noch eine Truhe nicht schlecht, ne? Hier ist so Batterietruhe zum Beispiel. Schauen wir mal. Wie geht es denn aus? Blankenfälle, ein Haufen. Die Billigstdorfer wäre gut. Da brauche ich nur Kunststoff. Damit kann ich dienen. Warte mal, was tauscht man aus? Hier das. Und so. Dann kann ich die nämlich hierher tun. Und das wäre dann quasi unser Batterielager von mir aus, ne? Ja. So. Da brauchen wir lange, bis wir die Batterien fertig hier gesammelt haben. Nur derweil einmal. Mal schauen, ob ich sie jemals wieder, ob ich sie jemals wieder verwenden kann, aufladen kann. Der Solar oder so. Aha, mir fehlen noch. Ja, ich muss bald weiterfahren eigentlich. Eigentlich. So, ne Batterie. So, hab ich dich, du Viech. So. Zack. Und zack. So, das müsste jetzt dann funktionieren. Jawohl. So, gleich neu anpflanzen. So, jawohl. Das haut schon hin. Gut. Ist es jetzt wieder dunkel geworden, ne? Inzwischen. Dann wäre es gut, einmal ein bisschen zu schlafen. Und am nächsten Tag nochmal versuchen, den Hai umzuhauen. So, du mies Kerl. Ich sollte mich dann auch nach Möglichkeit eher auf Metall und Schrott hier fokussieren, weil vom Rest haben wir tatsächlich mehr als genug. Komm, wird schneller hell. Wobei, ich kann die auch verwenden. Eigentlich ist es wurscht. Ich probiere mal mein Glück. Gesund bin ich eh. Da ist er schon. Oder sie. Oder es. Zack. Zack. Mal Luft holen inzwischen. Genug. Da kommt er schon wieder. Zack. Zack. Und haben wir ihn schon. Haben wir dich schon? Echt? Tatsächlich. Zack. So schnell kann es gehen. So, ich habe Platz für das. Passt. Das ist das Wichtigste. Ich schwirre mal kurz hier rundherum. Bald werden auch die Flossen versagen. Mal Luft holen inzwischen. Da drüben ist wieder was für uns. So, und dann hauen wir auch schon wieder ab, ne? Wie schaut's? Hoppala, wie schaut's? Habe ich jetzt mein Ding weggeschmissen? Hä? Äh. Haken? Da. Alter. Bleibst du hier? Unfassbar. Vertschüsst sich hier einfach so, ne? So. Schnell Luft holen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Platz hier. Schrott. Jawohl. Da sind noch Erze. Schrott. Bisschen Luglug machen. Da vorne haben wir noch was. Schrott. Metall Erze. Oh, wie schön. Sehr gut. Das gefällt mir. Da vorne ist auch noch mehr. Schnell Luft holen. Mach, mach, mach. Schnell Luft holen. Sehr gut. Ein Haufen Schrott. Da ist noch ein Erzelein. Da ist noch ein Schrottilein. Erzi. Boot, boot, boot. Kommt zu Mama. Bitte. Bevor der Hai kommt und mich wieder auffräst. Wird er gleich so weit sein. Aha, durstig sind wir auch. Trink schnell. Herbert, trink das. Ja, ist schon gut. Muss das dann jetzt verzweifeln. Nimm das mit. Schnell, schnell. So, Luglug, Luglug, Luglug. Hier ist soweit nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Darüber noch schnell schauen. Dann haben wir eh fast alles umrundet. Und dann können wir wieder abhauen. So, Luft holen schnell. Da schwimmt ein bisschen Plastik. Also, bis es ausschaut, auf die Schnelle, dürften wir hier tatsächlich fertig sein. Jo. Schaut. Oh mein Gott. Schaut. Ach, verdammt. Hat mich gerade so erwischt. Schaut gut aus. Es heißt, den Kopf haue ich wieder weg. Das heißt, wir können abhauen. So, bitte Anker lichten. Auf zur nächsten. Was machen sie da? Ich glaube, der will nicht weg. Ich glaube, ich muss nachhelfen. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Und da vorne ist ein Fluss. Da vorne, da vorne. So, ich muss dann auch mal wieder rauf hier. Ich muss überall hin. Rauf, runter, links, rechts. Da wäre jetzt eben das eine Dings da. Habe ich Platz? Ja. Ich habe Platz, ich habe Platz. Wer hätte das gedacht? Ich habe Platz. So, das kommt weg. Und das kommt weg. Und das kommt weg. Schmelz, schmelz, schmelz. Don muss ich auch noch entsorgen. Und was zu essen wäre jetzt auch gut. Halt, ich wollte essen. So, opala. Ein bisschen mehr in die Richtung, bitte. Ich möchte zu dem Fluss da. Vielleicht hat es irgendwas Tolles für uns. So. Blanchi, 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 blanchi. So, jetzt bleibe ich da hängen. So, und zack, passt. Tja, dann segeln wir los. Gut, also. Ich brauche Planken. Da hinten mal eine. Gibt es hier irgendwo Planken für mich? Ein Fass. So. Also. Opa, die Stirnlampe. Jetzt ist sie eh bald kaputt. Die habe ich vergessen, wegzutun. Das war nicht schlau. Nicht, nicht. So, dann schauen wir mal. Haben wir hier noch irgendwo für irgendwas Platz? Ja. Ein bisschen was hier. Ansonsten schaut es schon schlecht aus. Das kann man wegschmeißen. Hier hat noch eines Platz. So. Federn. So, das ist auch mehr als genug. Kunststoff lasse ich mal. Hier haben wir ein schönes Erdsattel. So. Wenigstens eines funktioniert da noch. So. Gut. Dann schauen wir mal. Zack. Bewegen wir uns jetzt wirklich tatsächlich wieder auf die eine Insel zu. Oh. Das ist aber nicht sehr abgeschottet, ne? Warte. Hier pflanzen wir auch an. Ich brauche Wasser. Schon wieder. Ich brauche schon wieder Wasser. Das ist nicht so Wasser. Wasser. Lalalala. Slalalalala. Tja. Ich glaube, der Haifisch ruiniert schon wieder was. Mahlzeit. Oh, es hat nass. Okay. Es ist nass. Alles gut. Ah. Ja, schau. Wellengang. Wie toll. Batterie. Ist auch gleich. Soweit. So, ja. Bauen. Bauen. Bauen wäre super. Also wir brauchen jetzt wie so mal einen Haufen Nägel. So. Passt. Das ist mehr als genug. Als nächstes. Das hier. Zack. Und dann können wir hier schon eigentlich weitermachen. so. Dann haben wir das Eck hier schon mal. Dann können wir das hier so machen. Dann würde ich sagen, ja, die Pflanzsachen. Die gehören verstärkt. Unbedingt. So. Was haben wir da? Eine Blanke. Und ein Erzi. So. Dann können wir gleich weiterbauen. So. So. Ja, da wird man seekrank. Da wird man seekrank. So. Ja, ja. Du mich auch. Da. Da. So. Äh. Ja, das Bett wäre wieder mal cool zu bauen. Es wäre einiges cool zu bauen. Bamm. 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 Jo. Keine Ahnung. Der Eimer ist sicher dafür gedacht, wenn wir später mal eine Ziege hätten, ne? Dass wir die wahrscheinlich, dass wir die melken können dann, wahrscheinlich. So. Da rüsten wir mal die Blanken aus, hier. Huch. Was hauen wir denn da drüber? Ja, mit dem Bahn. Ich glaube, es hackt. Oh, ich bin auch schon wieder durstig. Wer hätte das gedacht? Gluck, 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 gluck. So, mein Hämmerchen. Zack. Da fehlt mir schon wieder einbaden. Ist das zu glauben? Da muss ich auch noch verstärken unbedingt. Nicht, dass mir noch der Reiniger hier abhanden kommt, wegen dem Dreckshai. Das wäre nicht so toll. Da. 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 Gut. Für die Schüssel. Da könnte ich ja noch eine Schüssel bauen, ne? Theoretisch. So, zack. Wird mir auch wieder Platz gespart. Ja, Frau Möbe. Legen Sie mir endlich mal ein paar Eier. Ja, bitte. Das wäre sehr schön. Alle Inseln, Hände hoch. Ich habe das Gefühl, ich komme da überhaupt nichts weiter. Äh, ich komme da auch nichts weiter. Ja, jetzt ja, außen habe ich mir mein Floß weg, ne? Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. So, reparier es halt wieder. Du Viech. So. So. Jawohl. So. Und dann können wir später weiter bauen. Ausbauen, ausbauen. Wir tun jetzt das Haus bauen. Ausbauen, ausbauen. Wir tun unser Floß bauen. So, das ist hier. Das ist hier. Hier müsste ich noch aufpassen, ne? Da müsste noch was hin. Oder? Oder ist das hier jetzt auch schon gesichert? Könnte auch schon gesichert sein. Tatsächlich, da habe ich schon was gearbeitet, wie es ausschaut. Hier. Da geht sich noch was aus. Hier müsste ich noch was machen. Und da. Zwei noch. Wie es ausschaut. Dann ist das hier auch schon mal gesichert. Das ist gut. Die Schmelzen sind auch safe. Passed. Tap, 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 tap. Zack. Dann hier noch eins. Dann ist das hier auch schon mal sicher. So. Ich würde eine Insel brauchen. Schmeckt's. Ja, ja, schmeckt. Ja, ja, schmeckt. Freut mich. So. Und der nächste. So. Jetzt machen wir das hier noch sicher. Jetzt müsste das hier schon mal passen. Ich hoffe es halt. So. Schuh. Lasst meine armen Kartoffeln in Frieden. So. Ja. Ah, ich werde beregnet. Hilfe. So. Und zack. Fast. Show. Insel. 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 Ahoi. Darüber du musst. Eine weitere Chance auf Dreck. Battel um dein Leben. Battel um dein Leben. Äh. Ne. Bitte sei endlich mal eine Insel, wo es Dreck drauf gibt. Das ist schon wieder Arbeit hier. Und dann beenden wir den Part und im nächsten werden wir die Insel erkunden. Jawohl. Und blühen dann natürlich. So. Äh. So. Gleich haben wir's. Anker pflichten. Segel einziehen. Segel einziehen. Bad beenden. Und somit vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. anche. Sie.